So hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker und ich habe letztes Mal ganz vergessen den Markus hier in die Favos reinzunehmen, dass ich das nicht übersehe. So, machen wir das jetzt gleich. Und wir spielen weiter bei Mountain Landscape. Wie gesagt, hier der Rekord, 25 Sekunden von Rama. Ob Rama so krass ist wie Nick Rick, werden wir gleich feststellen, wenn wir das Level gesehen haben und spüren können, ob es in 25 Sekunden machbar ist oder nicht. Mountain Landscape Retro Style Ach, das ist... Jetzt raff ich das erst. Das ist das gleiche Level. Nur im... Im Dings. Im, äh... Ich habe gar nicht auf den Namen geachtet. Hier Mountain Landscape und hier Mountain Landscape. Das ist praktisch das exakt gleiche Level. Wir können dann aber ganz kurz einfach die Levelinfos gucken. Das spielt sich dann identisch. Ja, hier. Ich glaube, hast du da einfach... Hast du da einfach... Ich glaube, das geht, oder? Hast du einfach die Datei genommen und kannst du das sozusagen so editieren, dass dann einfach alles in Dings umgewandelt wird? Oder muss man das komplett neu bauen? Ich weiß es gerade nicht. Ich will kein... Ich will kein Quatsch erzählen. Wir spielen weiter mit Koopa K. Ach so! Das macht Level kürzer jetzt. Wenn wir zum Beispiel sowas hier haben. Koopa K. Und Koopa K. In 3D World. Dann spiele ich allerdings lieber Koopa K. Im SMB-Stil. 43 Sekunden. Okay. Das... Das sorgt natürlich dafür, dass wir nicht mehr alles spielen müssen. Weil wenn es die gleichen Level sind, ja gut, ne? Ich meine gut, 3D World ist nochmal was anderes als SMB. Aber wenn ich die Wahl habe zwischen SMB und SMB, äh, ist die Entscheidung relativ einfach. Tschüss. Heißt, da gibt es einen Yoshi. Und Sterne. Und da komme ich gar nicht ran an den Yoshi. Aber wie komme ich denn jetzt... Oh, na. Der ist aber richtig gut ausgewirkt. Wie komme ich denn jetzt da runter? Kann ich da einfach runter? Nee. Wie komme ich denn an die zweite Münze? Oh, genauso mit einer Shell. Ah, Mist. An die kam ich ja auch nicht so ran. Da musste ich ja auch eine Shell schießen. Okay. So, dann nehmen wir die wieder mit für den Hammer, Bruder. Und dann muss ich die mitnehmen. Für die Münze da unten. Nee, das trifft nicht. Muss das nochmal mit einer Shell probieren. Kriege ich noch eine Shell hier irgendwo? Da sind ein paar. Aua. Aua. Ne, das trifft. Würde das treffen? Ich weiß es nicht. Kriege ich doch mal eine Shell irgendwo? Ups. Das hat nicht funktioniert. Ah, ich habe die Münze vergessen. Wollte ich direkt weiter. Die nächste Frage wäre, ob die Münzen optional sind oder ob man sie einsammeln muss. Ah, ich ziehe hier gerade die, die Rate runter. Ups. So. Tschüss. Wir, wir gehen mal ohne Münzen weiter. Aua. Da ist ein Checkpoint. Also man könnte vom Checkpoint aus die auch wiederholen, die roten Münzen. Rein theoretisch. Okay, da kann ich rein. Führt mich das zu dem Yoshi. Nein, das führt mich zu dieser Münze hier. Also jetzt hätten wir alle Münzen zusammen. Ich würde es fast vermuten, die sind optional, um irgendwie den Bosskampf zu skippen. Nämlich den da. Ja. Okay, die Münzen sind optional, um den Bosskampf hier zu skippen. Ich verstehe, dass man den skippen will. Holy moly. Warte, wir machen das ganz anders. Nein, so nicht. Nein, so auch nicht. Nein. Nein. Ah, lass mich in Ruhe. Naaah. Mich jedes Mal. So, jetzt aber. Nein. Nein. Komm schon, lass mich da hoch. Nein. Oh mein Gott, ich krieg's nicht hin. Ich bin doch nicht so schlecht in Shell Chumps, lass mich da hoch. Ach, das gibt's doch nicht. Die killt sich auch so. Die killt sich auch so. Oh. Oh. Nein. Mann. Jetzt. Ah, jetzt hab ich mich auch noch gekillt. Okay. Wir überlegen's jetzt, wie man am besten... Was ist da eigentlich drin? Ah. So holt man. Also man kann die holen. Okay. Also doch so. Krass. Ja, dann nochmal von vorne. Dann skippen wir den Boss. Ich wär sonst mit Shellchump da hochgegangen und hätt ihn dann mit Sprünge erledigt. Aber wenn man den Boss skippen kann, nutzen wir das aus. Huch. Da hat der Boss schon ganz schön... Ah, es gibt's doch nicht. Ganz schön fies ist. Aber interessant zusammengestellt. Daher aber eben erst recht gut, dass man den skippen kann. So, tschüss. Das nehmen wir mal mit. Aber an Yoshi komm ich dann nicht ran. Der ist dann wahrscheinlich wirklich Deko. So, jetzt. Zack. Das hat gut funktioniert. Nice. Gut, und jetzt können wir hier einfach durchzünden. Weil jetzt kriegen wir die Münze gespeichert. Und wo die letzte Münze ist, wissen wir schon. Komm, geht da. Geht da. Rein. Eieiei. Wo kommt man eigentlich da? Also welcher Röhre kommt man da rein? Ich weiß es nicht. Das ist auch merkwürdig. Aber egal. Aua. So, jetzt kann ich hier rein. Wait. Ich hätte natürlich auch... Oh. Das ist ja keine Abkürzung. Ich wollte gerade sagen, ich hätte doch den Schlüssel nehmen können. Und den Schlüssel hier unten in die Tür stecken. Jetzt muss ich ja doch ihn besiegen. Und jetzt hat man nämlich den Key Def. Und jetzt habe ich den Schlüssel nicht mehr. Okay, 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 okay. Wir machen das so, wie ich es gerade gesagt habe. Wir nehmen den Schlüssel... Nein! Und schmeißen den Schlüssel... Und schmeißen den Schlüssel... Und schmeißen den Schlüssel... Äh... Dann beim Bowser rein. Also beim Bosskampf. Da setzen wir den ein. Geh. Da rein. Das ist viel schlauer. Na, dann setze ich den jetzt hier ein. Zack. Mir ist schon klar, wie der eigentlich Gigagogen wäre. Man sollte die Shells hochwerfen. Ich bin nicht blöd. Aber so ist es dann doch angenehmer. Uff. Okay. Okay. Uff. Danke, dass es die Schlüssel gab. Das hat die Sache sehr vereinfacht. Uff. Okay. Sehr schön. So, dann haben wir das Ganze auch nochmal in 3D. Ist das jetzt groß anders? Muss es sein? Wegen dem Weltrekord. Was zum... Das muss jetzt doch nochmal anders sein. Okay. Was ist jetzt hier alles anders? Also der Aufbau wird gleich sein. Ja, das erkennt man schon ziemlich deutlich. Die Münzen gibt's kaum. Gut, Mario ist natürlich komplett andere... andere Physik. Ah, den Hammerbruder wird's auch. Ja. Aber es ist halt... Ja. Ja, 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 ja. Aber jetzt kann ich... Ja, jetzt komm ich da nämlich nicht her. Ha, 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 ha. Jetzt komm ich da nämlich gar nicht mehr so einfach ran an die Dinge. Ha. Die Shell ist nämlich an der Münze vorbeigezischt. Aber vielleicht will ich die Münze jetzt auch einfach mal gar nicht... gar nicht mehr haben. Aber das ist tatsächlich jetzt nochmal ein anderes Level. Also in dem Fall kann man das schon nochmal spielen. Das war nicht so smart. Konzentration, Herr Kuhn. Konzentration, bitte. Oh, warte, die Shell nehm ich doch eigentlich mit. Na gut, dann nehm ich die mit. Ist ja egal. So, jetzt krieg ich meine Blume. Oh, wait, ich bin doof. So mach ich das. Okay, dann ist das hier alles nur wieder der Kram. Jetzt geht's hier ganz normal in die Röhre rein. Okay. So, das heißt, die zweite Münze ist wieder in dieser Röhre. No, tot, 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 tot. Ich wollte gerade sagen, die kommt mir jetzt hier einfacher. Hä? Die geht nicht. Die ist nicht betriebbar. Die, die zweite, die dritte Münze ist diesmal woanders. Hä? Oh, das ist allerdings schon interessant. Das passt sogar, ne? So, von der Art her hat er den Bowser-Kampf hier schon interessant aufgenommen. Das hat er cool gemacht. So, tschüss. Okay. Nein! Was? Ich hasse die Hitbox von diesem Vieh. Ich hasse die Hitbox von diesem Vieh. Das gibt's doch nicht. Aber wo ist, jetzt wenn das hier alles nicht funktioniert, wo ist denn die, die... Mist. Wo ist denn jetzt die dritte Münze? Ich konnte in die Röhre nicht rein. Ich bin verwirrt. Guck mal, da gibt's Katze und Sterne. Es gibt diesen, diesen Weg auf jeden Fall. Aber wie kommt man da hin? Da ist die... Jetzt hab ich's... Ich bin dumm. Ich hab da unten durch die, durch die Glasröhre hätte man, hätte man... Jetzt ist es zu spät. Mist. Durch die Glasröhre hätte man... Okay, jetzt machen wir das doch nochmal. Okay, ich hab's hier gesehen. Ich hab's hier gesehen. Ich hab's hier gesehen. Das... Darauf hab ich's erstes Mal natürlich überhaupt nicht geachtet, weil ich nicht damit gerechnet hab, dass die gar nicht da ist. Ne? Damit rechnest du ja auch nicht. Oh mein Gott. Damit rechnest du ja auch nicht. Aber das hat was. Das war nicht, was ich wollte. Egal. Mein Gott. So, jetzt muss ich in die Röhre hier rein. Oh, das ist... Hm. Vielleicht sollte ich da rein, wenn ich groß bin, dass ich einen Hit mitnehmen kann einfach. So tanktechnisch. So, jetzt kommst du mit. Ich brauch trotzdem für den Hammerbruder hier... So, dann haben wir nämlich hier kein Problem mehr. Ja, dann ist das jetzt auch egal. Dann kann ich jetzt hier den Dings holen. Ja, der Hit ist ein bisschen blöd, aber was willst du machen? Dann kann ich jetzt hier durch. So. Dann nehm ich mir hier den Pilz sicherheitshalber mit. Dass ich hier nicht komplett Blödsinn mache. Und irgendwie in der Lava noch lande. Und dann geh ich... Ne, ich kann doch unten durch die... Oh, jetzt hab ich's wieder falsch gemacht. Ich kann doch unten durch die Tür. Dummer Conan. Warum bin ich denn so dumm? Nee, ich komm gar nicht hoch. Das nützt mir gar nichts. Ich wollte ihn jetzt mit dem Hammer einfach direkt... Das ist ja Quatsch dann. Das ist ja Quatsch dann, was ich mache. Äh, mit dem Hammer. Mit der Katze. Mit dem Stern. Reden. Äh, mit dem Stern wollte ich ihn jetzt einfach... Einfach wegknüppeln. Das geht ja gar nicht. Dann sammle ich also wieder... Die Münzen. Also den Schlüssel. Für die Tür, für die er eigentlich gar nicht gedacht ist. Sehr gut. So gefällt mir das. Lass mich in Ruhe. Nein! Key Death. Key Death. Warum? Warum? Warum war ich denn hier den Schlüssel tot? Ah, bin ich doof. Mann. So, eigentlich brauchen wir die Blume ja auch gar nicht, oder? Ah, doch, brauchen wir schon. Ich brauche ja den Hit. Mann, 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 Mann. Dann könnt ihr das wahrscheinlich auch timen, bis die mal so laufen, dass es passt, aber... Uh, das dauert ein bisschen. So, jetzt schieße ich den weg. Ich habe keine Blume, jetzt schieße ich den weg, sagt er ohne Blume. Guten Morgen. So, jetzt aber rein hier. Und darüber. Und tschüss. Und jetzt wieder, jetzt wieder getroffen werden. Oh, bitte nicht. Ich hasse dieses Viech. Ich kann es gar nicht sagen, wie sehr. Oh, Mann. Vielleicht nehme ich einfach noch einen Hit zusätzlich mit. Wie wäre es damit? So, wenn ich jetzt einmal mich treffen lasse, nur, und den Pilz behalten kann. Dann hätte ich doch theoretisch einen Hit für den letzten. Hier ist doch nochmal eine Blume drin. Ja, okay. Ah, jetzt... Jetzt funktioniert das. Jetzt lassen wir uns hier einfach nicht treffen. Ja, jetzt funktioniert das. Geht da, geht da rein. Mensch, Mario. Jetzt habe ich sogar zwei Hits, Lul. Jetzt kann ich einfach durch. Jetzt brauche ich es nicht, Mann. 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 Okay. Gut. So. Rekord geben wir gar nicht erst an. Ich wollte nur das Level schaffen. Ach so. Ja, dann nehmen wir halt mit. Da hat wohl jemand keine Lust gehabt, was Gutes zu machen. Weil das war jetzt eine richtig schlechte Zeit. Aber da hat wohl jemand keine Lust gehabt, den Rekord zu verbessern. Okay. 2,40. Oha. Jetzt kommt ein großes Level. Okay. Sky Temples Garden. Watch out for Piranha Plants. Dann watchen wir mal out. Huh. Okay. Ich kann schon mal hier hoch. Kann ich nicht. Wait. Doch, kann ich. Da gibt es schon mal einen Pilz. Das ist doch schon mal... Wollte gerade sagen. Der ist gleich weg. Aber das ist doch schon mal schön. So. Jetzt gehen wir erstmal außen rum. Vielleicht ist da ja noch mehr Stuff. Da also theoretisch kann ich da hoch. Aber ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Nein, das geht einfach nur einmal außen rum. Okay. Geht es jetzt hier weiter? Oder was ist hier? Oh, hier ist eine Redpoint. Oh, hier geht es. Wann? Das sind überall Türen. Ich bin auch nie so schön gestorben. Mit so einem schönen Sound. Mensch. Das war ein richtig göttlicher Tod. Äh, okay. Was sind das hier für Türen? Ich dachte, hier geht das Level los. Das ist einfach nur Deko. Ach so. Okay, man stirbt immer, wenn man runterfällt. Ach so, man kriegt immer diesen Sound, wenn man runterfällt. Okay. Gut, dann ist das hier Deko. Das heißt, wir sind hier sogar richtig gewesen. Das heißt, ich muss da hoch. Das ist... Das hat sich so optional angefühlt. Oh boy. Und das war es gar nicht. Aber da oben ist ein Block. Ich habe mich nicht getraut wegen dem Stachel. So, jetzt aber. Gib mir den Block. Yes. Und wohin für das Ding jetzt? Das wird jetzt aber wirklich... Ah, hier will ich hin, wenn ich den Schlüssel habe. Wait, what? What? Wait, ich kann hier hören, ne? Hä? Äh. Okay, also da will ich rein, wenn ich die Münzen zusammen habe. Das ist aber schon mal gut, dass wir das gesehen haben. Weil dann weiß ich jetzt grob, wie das funktionieren wird hier. So, dann gehst du jetzt hoch. Dann sind die trotzdem optional. In dem Sinne... Mist. Äh. In dem Sinne, dass... Ich doof bin. Wobei, wissen wir ja noch nicht. Kann ja sein, dass die... Dass die... Dass man zu dieser Tür zurück muss nachher. Könnte ja auch sein. Ah, ich wollte sagen, in dem Sinne, dass man hier unten auch weiter kann. Das war eigentlich der Satz, den ich sagen wollte. Das fühlt sich... Dann schon eher... Optional an. So, jetzt gehen wir hier mal rüber. Boi! Das ist gar nicht so nett. Okay, hier kann ich hoch. Lass mich hoch. Gib mir das wieder eine Coin. Hä? Was ist das? Ist das... Das ist ein Pfeil, oder was? Ist das ein Pfeil? Hier geht's auch weiter. Da ist ne Coin! Oh, und hier ist das Level zu Ende. Äh, kann ich da runter? Wow! Aber grad so. Okay, mir fehlt die dritte Coin. Ich muss die Eise sammeln. Ähm... Wo hab ich was übersehen? Vielleicht doch da oben? Habe ich da ne Coin übersehen? Kann ich mir nicht vorstellen. Wo? Wuh! Ne, da oben ist nix. Das wär Quatsch. Könnte in die Richtung natürlich noch hochgehen. Aber das ist genauso Quatsch. Ja, ja, ne. Das ist, äh... Wait, kann ich hier hoch? Ja, aber da ist nix. Aber vielleicht auf dem anderen Haus. Ich... Ich werd das Gefühl nicht los, dass die... Der Pfeil irgendwas damit zu tun hat. So. Das hat nicht funktioniert. Da wollte ich eigentlich jetzt nicht rein. Wait! Wait, 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 wait. Ah ne, das ist... Ich wollt grad sagen, damit kann ich mir hier... Kann ich nicht. Weiß ich, wie ich auf die Idee gekommen bin, dass das funktionieren könnte? Okay, also. So, das ist die erste. Steady's, die ist klar, die Hohenbox. So. Dann. Ah, was mach ich denn? Mist, mach ich wieder. Dann muss ich hier rüber. Und kann hier hoch. So. Da ist dann an der Stelle diese Coin. Und auf das Haus komme ich gar nicht, also ich komme schon auf das Haus drauf, aber hier muss doch noch irgendwas. Der Pfeil da sagt rauf und runter, oder was ist das? Ich kann es nicht erkennen. Aber da ist, hier ist nichts weiter. Aber der Pfeil sieht aus, als ob er rauf und runter sagen würde, oder sowas, ne? Irgendwie so. Oder ist das so ein Pfeil, der rauf und runter? Ich hab keine Ahnung. Er wirkt so. Okay. Wir gehen gleich nochmal in den Raum mit dem Schlüssel. Äh, ja doch, mit der Schlüsseltür. War hier vielleicht noch irgendwo eine Coin? Dass ich vielleicht irgendwo doch hier oben einen Weg habe und es eine Dings gibt. Ach, der gibt... Der Goomba gibt einen Schlüssel. What? Hä? Das sind die doch optional, die Coins, weil jetzt... Hä? Und hier kann ich runter? Fuck. Okay. Das Level ist überhaupt nicht verwirrt. Wow. Wow, ich komm... Oh. Ich war machtlos. Ich war machtlos. Ich konnte mich hier nicht mehr bewegen. Die Wolken haben mich immer wieder runtergeschoben. Eieiei. Hä? 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 Uff. Ah, da ist in dem... Ich habe halt jetzt einen dritten... eine dritte Münze gesucht, an der Stelle da oben. Ist da dann vielleicht gar keine dritte Münze? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist da gar keine dritte Münze. Oh boy! Nicht schon wieder. Oh, nee. Was willst du denn hier? Dich nehme ich gleich mal aus dem Verkehr. Und jetzt wollte ich mir die Wolke holen. Oh, Mann. Ich habe ihn aus dem Verkehr genommen, aber die Wolke habe ich leider doch nicht bekommen. Oh boy, der schießt. Der schießt. Der schießt der Frechdachs. Das ist auch frech gewesen. So, okay. Wir gehen das hier ganz ruhig an. Es wäre gut, den Pilz zu behalten für die Wolke. Die Wolke zu bekommen wäre ein wichtiges Ziel. Gib mir bitte... Allah! Jetzt kille ich... Nein! Okay, dann ohne ihn. Wir kriegen das auch so hin. Ohne... Dann soll er Piranhas auf uns draufschmeißen. Guck mal, da gibt es noch ein Dings. Jetzt kriege ich die Wolke. Yes! So, jetzt sind wir safe hier. Da ist eine Schlüsseltür. Ist hier oben... Hier oben ist meine letzte Mün... Nein! Jetzt habe ich einen Schlüssel tot! Jetzt sind die Münzen weg. Ich wüsste schon gerne, was in der Tür drin ist. Ich wüsste schon gerne, was in der Tür drin ist. Ah, ich hatte einen richtigen Riecher. Da oben ist die dritte Münze. Perfekt. Dann kommen wir da jetzt aber relativ schnell hin. Okay. Okay. Okay, 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 okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Das dauert jetzt ja nicht sonderlich lange. Weil jetzt wissen wir ja, was wir machen müssen. Das wu- Mich hier treffen lassen müssen wir nämlich machen. Und das wussten wir ja vorher nicht. So. Okay. Die haben wir. Aber das mit dem Schlüssel tot ist so doof, dass Nintendo das so gebaut hat. Nein! Nein! Ich verstehe auch nicht den Grund dahinter. Ich verstehe auch nicht den Grund, warum man nicht einfach so am Checkpoint startet, wie man ihn aktiviert hat. Nur weil man jetzt einmal den Schlüssel eingesammelt hat. So, das verstehe ich nicht. Das ergibt für mich halt überhaupt keinen Grund. Äh, keinen. Es gibt für mich keinen Grund, das so zu bauen. Äh, es ist nicht... Oh! Das klingt so, als ob es der Steller falsch gemacht hätte. Äh. Das, das so zu implementieren. Warum? Was, was ist der Grund dahinter? Warum ist es sinnvoll, zu sagen, hey... Ach, was tue ich denn? Zu sagen, hey... Nein! Alter, jetzt ist aber hier... Das war ja mal richtigen Quatsch. Entschuldigung. Da muss ich mich ja wirklich richtig entschuldigen. Das ist ja... Das ist ja furchtbar gewesen gerade. So. Aber was ist der Grund, zu sagen, man startet nicht so beim Checkpoint, wie man ihn aktiviert hat, nur weil man in der Zwischenzeit die Münzen vollständig hatte. und dann nicht mehr die Münzen vollständig bekommen kann. Warum? Welchen Sinn hat das? Das hat überhaupt keinen Sinn. Ich hab grad schon mich wieder in der Stachel gesehen. Holy moly. Nee, aber das, das, das ist was... Oh! Das ist was, was ich nicht verstehe. Wozu der Schlüssel droht? Welchen Grund... Welchen Sinn hat Nintendo gesehen, das so zu machen? Warum ist es wichtig, dass man den Schlüssel... Also, dass man die Münzen komplett verliert, äh, wenn man... ...den Schlüssel fertig hatte. Und dann stirbt. Ich verstehe den Grund einfach nicht. Ich verstehe den Grund einfach nicht. Warum der Schlüssel tot, Nintendo? Warum der Schlüssel... Kann mir das jemand erklären? Jetzt hab ich's... Jetzt hab ich's oft genug gefragt. Im Moment krieg ich's nicht erklärt, aber vielleicht weiß es ja jemand von euch. Vielleicht hatte jemand sogar ne gute Begründung, warum Nintendo das machen musste, die ich jetzt... Die ich jetzt nicht sehe. Ich hab ein bisschen Probleme mit dieser Stachel, aber es funktioniert. Die ich jetzt nicht sehe, die Begründung, dann bin ich ganz ohr. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es dafür ne sinnvolle Begründung gibt. Na, ich mein das mit dem, dass, dass der Steller sein Level komplett spielen muss ohne Checkpoints. Kann man zum Beispiel begründen mit, äh, dass es keine Troll-Troll-Checkpoints und so weiter geben darf. Na, das... Jetzt hab ich verkackt. An dir, der kommt hoch, ne? Der kommt ja hoch. Uff. Jajaja, egal. Ähm, das kann man damit ja begründen. Und jetzt, aktuell, wenn ich jetzt sterbe, hab ich meine zwei Münzen ja noch. Da ist ja überhaupt nichts Schlimmes passiert in der Zwischenzeit. Ich hab gedacht, es ist nicht ganz so weit. Okay. Übrigens interessant an der Stelle, dass die zwei Checkpoints so nah beieinander sind. Nur wegen den Dingern da. Aber gut, kann man machen. Ähm. So, was wollte ich sagen? Ich hab's vergessen. Achso, ja. Ähm. Jetzt hab ich ja die zwei Münzen. Nein, jetzt... Jetzt konnte ich wieder nicht... Ich konnte wieder nicht springen, weil ich immer wieder runtergefallen bin. Von den Wolken. Ähm. Reden. Und... Ich starte jetzt ja immer wieder mit den zwei Münzen. Aber kaum baue ich einmal den Schlüssel fertig, selbst wenn ich ihn nicht eingesetzen kann, äh, dann... starte ich ohne Münzen wieder. So, warum? Das... Das verstehe ich nicht. Mist! Aber jetzt weiß ich, ich muss mir ihn holen. Das heißt, mit ein bisschen Glück komme ich auch so an ihn ran. Also nicht. Ja, ich sehe einfach überhaupt kein... Also... Pfff... Im... Im Schlüssel tut sich überhaupt keine Begründung. Wann könnte es sinnvoll sein zu sagen, du hast den Schlüssel zusammengebaut? Du musst das Level neu starten, sonst kannst du es nicht mehr spielen. Es gibt keinen. Wenn es optional ist, gut. Ist wieder was anderes. Wenn es optional ist, ist es ja im Prinzip egal, in Anführungszeichen. Das macht halt das Optionale dann nicht so schön. Aber es tut nicht so weh. Während aber halt, äh... Wenn das Ganze... So. Wo muss ich jetzt... Ah! Ich dachte gerade... Okay, wir nehmen mal eine Shell mit. Wer weiß, was mich da drin erwartet. Weil das muss doch jetzt optional sein. Ich wäre ja hier eigentlich... What the heck? Äh, okay. Ich wäre ja hier eigentlich gar nicht hingekommen. Hä? Noch eine Schlüssel... Oh nein! Das ist die optionale Tür, oder? Da wäre in dem anderen Raum wäre irgendwo ein richtiger Schlüssel gewesen. Oh mein Gott. In dem anderen Raum wäre irgendwo ein richtiger Schlüssel wahrscheinlich gewesen. Und damit wäre ich eigentlich durch die eigentliche Tür gekommen. Jetzt haben wir den... Jetzt haben wir... Jetzt habe ich extra noch mal die Schlüssel gesammelt und wir haben den Bonusraum nicht gesehen, weil da gibt es einen anderen Schlüssel in dem anderen Raum wahrscheinlich wieder. Ah, ärgerlich. Aber sehr schönes Level. Ah, sehen wir den Bonusraum vielleicht so? Wahrscheinlich nicht. Außer er hat ihn in die Mainwelt gebaut. Nee. Nee, hier ist der Bonusraum nicht eingebaut. Der ist in der Sub-World. Die sieht man hier nicht. Okay. Uff. Das hat länger gedauert, als es sollte. Ähm. Das sorgt uns natürlich dafür, dass wir doch ein bisschen länger hier wahrscheinlich an den Leveln sitzen werden. Wir werden sehen. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ähm. Kann passieren, dass morgen übermorgen noch kein Part kommt. Ich muss gucken, wie ich dazu komme zum Aufnehmen. Ihr wisst Bescheid. Immer das Gleiche. Äh. Danke fürs Zuschauen. Und. Tschüss. Tschüss.